Grüße euch erstmal alle Leute, ihr könnt auch gerne diesen Kanal noch abonnieren, Abrissbirne, auf YouTube. Dort werden auch täglich neue Spielheimvideos hochgeladen in Sachen Merkur, Balivulf und Novoline, Spielautomaten. Wie gesagt, nicht vergessen, lasst gerne ein Abo da, gebt einfach auf YouTube ein, Abrissbirne, Lehrzeichen, Merkur, Magie. Okay, danke, ciao. Ja, Palace of Poseidon, mein Topgen Nummer 23, Leute. Ja, auch mal, habe ich früher auch mal gerne gespielt, weil die Gewinne eigentlich ganz gut waren. Lange nicht mal gezockt. Will mir nur die ganze Zeit so ein Puffi haben rum, eiern. Aber ich sage jetzt mal nur, weil ich plus 5, plus Volcano spiele, anscheinend, sonst hätte ich dementsprechend viel verloren. Grüße euch erstmal alle herzlich willkommen auf meinem Versifften-Kanal. Weiter gedreht. Und wieder die Pause, wie man sieht. Die Buchungspausen. Aber ich sage jetzt mal, ich habe jetzt schon einige Spiele wieder gezockt und ich muss ganz ehrlich sagen, also man kriegt ja kaum Skater hier irgendwie rein, also Ausspielungen und sowas. Ganz schlecht. Ich denke mal, wenn ich jetzt höher gespielt hätte, 40 Cent, 60 Cent oder irgendwas, dann wäre es schon wieder, ja, mausetot. Und dann sehen wir mal an. Stunde gespielt, noch keine Freispiele rein. Ah, mei. Warum müssen wir die Früchte-Spieler machen? Bisher laufen die besser, aber das ist ja echt schlimm. Nun. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da haben wir so wieder aus wie die Baustelle wechseln und ihn jetzt ertragen. Schauen wir mal. Oh, fantastique meine. Gucken wir mal, ob der abgeht. Oh, ein Früchtespieler. Vielleicht läuft das ein bisschen besser. Ich habe reiche Totenschaden. Hammer. 340 hat drauf gehabt, geht es schon wieder weg ab. Die Talfahrt geht los. Ah, ein drüber. Mhm. Mhm. Ja. Das ist ja ganz bitter, ey. Was tue ich ohne Gewinne? Nicht zu glauben. Ja. Mal zu sagen. Mal auf den Totenschädel in der Runde. Ich habe es gedacht, nach Hause macht er mal ein Passkett da rein. Naja. Keine Chance. Okay. Ja. 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 Ja, ja. Ja, das wird nichts. Oh, jetzt könnte... Ne, doch nicht. Oder? Noch 10 Free Games? Okay. Oh, rutscht schon danach, ganz elegant. Komm, Baby. Jetzt erwarte ganz. Da muss ich einen schönen Blick haben in der Mitte. Boah, was denn da läuft, ey? Da habe ich dort, das bin ich schon zum Scheitern verurteilt. Oh, da nehmen wir jetzt in die Verlängerung rein. Hammer. Oh, da kehrt er mal noch. Weil die in der Mitte fehlen. Oh ja, da sind eigentlich die Blöcke, die ich schon... Komm, es rutscht noch mal nach, Baby. Aber wird jetzt schwer natürlich durch den... Ja, schade. Verlängerung wäre ganz gut. Ratspieler noch. Sieben jetzt. Warte. Ja, kein uninteressanter Lauf, sagen wir mal so. Okay, dann können wir die schon mal reinkassieren. Aber ich denke mal, der war schon jetzt... Oder? Macht er noch mal eine Verlängerung? Der wäre ganz gut. Nein, noch. Sieht ganz gut aus. Aber hat eigentlich ganz gut gezahlt. Ja. Kann man sich jetzt nicht beschweren. Na, dann kommen wir mal auf den Tachau. 37,30 geht noch. Okay, Leute, jetzt war es mal wieder. Tschüss von der Front. Und wir sehen uns nicht vergessen zu liken, zu abonnieren. Und schönen Tag noch. Ciao.